So, da sind wir auch schon bei der nächsten Aufgabe, nämlich setzte Gebäude mit Feuer in Brand. Wie mache ich das hier gerade? Richtig, ihr seht schon, ich habe den Feuerbogen. Wie habe ich mir den hergestellt? Ganz einfach, den normalen blauen Bogen und dann auf Herstellungskosten mit den entweder Glühwürmchen oder aber mit dem Benzinkanister kann man sich den herstellen. Und ich hoffe, das zählt auch. Setzte Gebäude mit Feuer in Brand. Also einfach, da war die Zone da. Ich bin jetzt gerade überlegen, ob ich es nochmal anders probieren soll, weil ich weiß das schon von der letzten Season. Das hat immer ein bisschen gedauert, bis das quasi aktualisiert wurde. Ich probiere es jetzt nochmal hier oder aber es ist damit halt wirklich gemeint, dass du vom Gegner gebautes einfach in Flammen aufgehen lässt. Jetzt warten wir uns noch hier. Aber, wenn ich die Aufgabe richtig verstanden habe, setze Gebäude in Brand. Und genau das habe ich ja gerade getan. Na, seht ihr, es hält. Zack, Aufgabe geschafft. Und wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Ich verlinke euch auch das Video dazu, wie man sich eben diesen Feuerbogen herstellen kann. Und in dem Sinne euch noch viel Spaß mit den Aufgaben und haut rein!